Wolfgang Eibeck, wenige Wochen noch bis zu den Paralympischen Spielen in London. Wie geht es dir? Ist die Vorbereitung soweit okay? Ja, soweit ist die Vorbereitung eigentlich okay. Ich habe mich auch von meinem Sturz, das ist jetzt circa vier Wochen her, auch sehr gut erholt. Es hat mir, glaube ich, wenig gekostet von der Substanz. Gegenteil, es ist eher positiv. Es hat doch einige Tage, wo ich mich ein bisschen erholen habe können, noch einmal in mich gehen und neue Kräfte sammeln. Und jetzt starte ich eigentlich voll durch. Und momentan bin ich in einer Phase, wo ich sehr viele Stunden am Rad trainieren muss und viele Krafteinheiten. Und dann die Wochen davor wird es dann weniger werden und dafür aber intensiver. Und kurz davor wird wahrscheinlich mein Trainer das überhaupt ein bisschen rausnehmen, damit er an die Form kommt. Was ist da genau passiert bei dem Sturz? Schwere Verletzungen dürften es ja offensichtlich nicht gewesen sein, oder? Es waren nicht wirklich gröbere Verletzungen. Ich habe einige Schutzängel gehabt. Während der Radrennen ist mein Auto reingefahren und hat nicht nur mich erwischt, sondern noch drei andere Kollegen. Und mich hat es aber am schlimmsten erwischt. Aber allerdings auch trotzdem. Ich habe ein Riesenglück gehabt, dass nichts gebrochen ist und ein bisschen im Gesicht. Ich bin da genäht worden, eine Oberlippe, da über die Augen. Du bist ein versierter Paralympics-Teilnehmer, fast ein Medaillengarant kann man sagen. Du hast auch eine Silbermedaille gemacht in Peking. Was ist für London möglich? Für London hoffe ich natürlich auch, dass ich wieder ein Medaillenkandidat bin oder werde. Es wird sicher noch einmal schwieriger als in Peking. Aber ich habe mit meinem Trainer super die letzten zwei Jahre gearbeitet und habe mich eigentlich wieder an die Weltspitze herangearbeitet. Und wenn du dich jetzt konkurrenzmäßig einteilen müsstest, wo siehst du dich derzeit im Vergleich? Also ich sehe Chancen im Zeitfahren auf dem dritten Platz, wenn alles optimal läuft. Und die anderen Bewerbe, könntest du hinschnuppern oder glaubst du eher, dass du weiter weg bist? Also bei den Bahnbewerben bin ich definitiv weit weg. Da hat sich so viel getan in den letzten vier Jahren. Und beim Straßenrennen ist es immer ein bisschen Glückssache. Da werde ich natürlich auch alles geben, aber schauen wir mal, was rauskommt. Hauptsache eine Medaille, das wäre das Wichtigste. Ja, das wäre auf jeden Fall ein Ziel. Ich bin jetzt das sechste Mal bei Olympia. Ich habe bis jetzt bei allen meinen Paralympics eine Medaille oder zwei sogar gemacht. Und es wäre jetzt schön, bei den sechsten und wahrscheinlich auch bei meinen letzten noch einmal eine Medaille nach Hause zu bringen.